halli hallo kopfzeit wieder auf es wird gezockt mit ihm zwei ich fange heute neuer an also let's play so ein scheiß bla bla mein cousin dumme freundin ja blond der wüsste ja blondin blöd dumm und scheiß ja chillen wir uns mal so roten reich hin so klingt sexy ich glaube die stress grad im moment aber ich kann dich hören weil so ich habe skype ausgeschaltet so richtig geil sind schamane ich weiß nicht einfach ich nenne ihn schreibt mir haben sie die die nur zum demonstrationen so ein scheiß bla bla jetzt stellen wir uns mal hin männlich natürlich ne ich habe man sieht nur männlich und so ein scheiß ich hätte ich mal wieder sound an damit mein freundin blöd stressen kann weil die blöde ist und so ein Mist die jener die jener die jener 10 Euro hast du gleich gemacht warte chill da kann ich das abholen alter weil du jetzt bis 20 wir wollen 30 haben der Wichser ich sag ihn ich bin ein bisschen ich bin ein bisschen ich hab dich ich bin ein bisschen wie geht das an das ist es ist es ist es ist S Nein, nicht auf! Aber wie kann man es in Größen machen? Ich gebe euch schon mal auf. Ups. Machst du? Oder nicht? Wie geht das denn mal? WDF? Schrei dich dagegen. Ne, wo bist du, Alter? Hier beim Stadtwerk, da. Geht jetzt nicht. Geht was mit Gott? Nein, Mann. Warte, chill. Er belegt sich noch an. Ich glaube, er ist mal Sorge, die Wildhunde. Wie soll ich wieder heiß? Golakadatz. Ich steh hier rum. Kann er sonst Gelot-Max Schwuchtel heißen? Ist mir auch egal. Arschgesicht. Guck mal, er hat ein Vollmondschwert. Heißt er, er hat ein Typ Arschgesicht? Nein. Er ist ein Dura. Und er hat mich ab. Ich bin ein Jabli, ne, weißt du ja. Heißt du so? Dein Ton oder so. Was denn? Fühlschwert rein, der Gaylord und Mack Schwach. Nichts gegen Schamanen aber. Die Leute, die Schamanzocken sind schwul. Jassi? Jassi? Ja. Warte, ich geh kurz mal auf, wa? Ja, Mann. WTF-Alter, eh, so doppelt Sound, ey. Jaja, ich hab mit dir geredet. Oh, hast du es gerade gehört? So mit schwul und so ein Scheiß, Alter? Ja. Du hast es nicht gehört, dass ich gesagt habe, dumme Freundin, ne? Nee, meinst du tust auch so, als ob ich hier schwerhörig wäre? Digga, ich hab dich gar nicht gehört, ich schwöre. Ich hab den Sound-Ausgabe, ich schwöre. Ja, ich hab dich aber gehört. Ist mir doch egal. Scheiße. Danke sehr, ich hab dich auch lieb. Richtig, Mia. Ja, ja. Ja, ja, sagt mal nicht. Ja, 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 wir wissen, Alter. Ich nehm grad auf, ne, weißt du, ja. Scheiße, du auch. Ja, äh, aus, hier gucken Kinder zu, falls jemand überhaupt zuguckt. Falls jemand überhaupt zuguckt, ja? Ja, ja. Außer so ein, was weiß ich, so ein Paedo, der hinteren PC sitzt und sich grad bestimmt so linke Hand oder rechte Hand in der Hose sitzt und dann so ein Typen zuschaut, wie der Wölfer kloppt oder Hunde. Wollt, hör auf. Hast du jetzt so Kopfkino was? Nee, nee, noch nicht. Noch nicht? Okay. Also kommst du. Nein, hör auf, hör auf. Ich schlage dich. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Leute, hab ich das gehört? Oh mein Gott, sie will mich schlagen, meine Freundin will mich schlagen. Man sieht's auf YouTube, ne, so, 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 die hat mich, die hat mich, die hat mich gedroht. Es gibt schon so ein bisschen, die Leute. Tut mir leid, aber, rechst du grad von dir? Nee, ich rede grad von dir, aber okay. Boah, ey, was hast du denn für eine Freundin, ne, du disst deinen eigenen Freund, also, ey. Du disst mich auch. Nein, nein, ich nicke dich nur ein bisschen. Das ist das Gleiche. Äh, öh, das andere ist mit N und andere ist mit Dissen. Ach, du bist so, ich bin so blöd. Und du bist blind? Ja, ich steh' ich zu. Halt's Maul. Ich nehm' Viagra und steh' dazu. Verstanden? Ja. Wie nennt man ein Lied zu Viagra? Stand by me. Halt's Maul. Alter. Schild deinen... Live, sonst werd ich steif. So, wie Randy auch sagt, schildern deine Möse, sonst werd ich böse. Das ist Asi. Ja, ja, er sagt die Richtige, ne? Ich bin Asi, gut zu wissen. Hab ich nur als 50-Joher angesprochen, ne? Ja. Weil, ich hab grad grad keinen Sound, wenn der Schwuchte herumschlägt mit dem Fächer. Guck mal. Ich geb dir gleich Pfeffer oder Salz. Hm, blech. Arschloch bleibt Arschloch. Was? Arschloch bleibt Arschloch. Alter? Er guckt mir's grad zu, ne? Ich will, er füße dich in den Arschloch und scheiße, ne? Ja, ja. Er ist hart, alter. Ja, ja. Er kriegst du immer hart, ne? Hör auf. Peter? Bist du das? Was ist? Geht's noch? Boah, wie hart das klingt, ich schwöre mir, mach mal den Sound ein, wie ne männlichen Schamanen hast und durch die Gegend klopst, hat er. Heu 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 heu. Da siest du, da sieht man ihn, wie sich dem Opa anfühlt, wenn der so stillhne so, hoar, hoar. Geht's auf! He he heu heu! was habe ich denn schon wieder getan hier ne womit habe ich das verdient oh mein gott titel wird heißen noob let's play fdw ja 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 und du bist gleich holz rein wieso ist draußen warm und ihr macht ihn musste meine mutter sagen meine mutter sache der digga bei uns ist es so also bei mir schwause der renner wenn es draußen warm ist dann ist kalt wenn es drin draußen wenn draußen dann ist es drin so richtig heiß wie sommer weil wir oben so richtig heiß an machen es auch damit rechnen selbst wenn es draußen warm ist dann ist es drin immer noch heiß weil ofen drinnen wir haben schon bei 10 grad also wann wolltest du mir das denn sagen du bist kein junge ich mach sofort schluss alter ich bin mit mädchen zusammen wie eklig ja 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 unnormal hier klar war kann ich selber schlubber steuer schon gelernt hat das wird gelernt ich liebe dich auch nein heilige gegrillte fritten und scheiß Köln heilige dritten nach dem Scheißen ich denke dass die Leute Kühlschrank Köln Köln Hör ich bin mir so ein bisschen wie ich hier also 8 da ist sie wieder zu begriffen ich ja ich schlag das gerade aus für mich ach so cool dann nämlich auch nicht den gleichen ganzen mikro nicht wissen was du denkst du wieder zweideutig ne weiß ich tue so kann man so tun als ob man zweideutig denken würde ich denke ich ich tue nur so als ob ich zweideutig denken würde ich du es nicht wirklich herr sei herr sei nur soziale kinder und dumme leute jetzt ich mach mir noch auf oder kill die dinger bis ich rüstung habe dann schütt man erst mal die erste runde weg und ex man sich erst meinen worten so ein millimeter flasche weil du lachst mir sachen die gar nicht lustig sind wenn du auch geht man um der konflikten tricks die verkneiftigkeit lachen bestimmt so lacht ich war kein wie nimmt man typ der der kein durchfall mehr hat wie ist der typ der kein durchfall hat da ist populär nicht lustig okay auch drei leute das war das erste let's play unseren scheiß wenn es euch gefallen hat daumen hoch jetzt nicht gefallen hat beleidigt meine freundin jawohl ja blarek blarek